Hallo zusammen und willkommen zum Review des neuen Rocco Fußball Taurus oder auch Socken Taurus, wie er zum Teil liebevoll genannt wird. Wir sehen uns das Design genauer an, rüsten Sound und Energiespeicher nach und sehen die Lok natürlich auch in Aktion. Ein direktes Unboxing spare ich mir bzw. hat das eh schon ein MOBA-Freund gezeigt. Schöne Grüße an den Michi alias Held vom Erdbeerfeld. Ein kurzer Blick auf die sehr schöne Verpackung muss aber schon sein und auch zeige ich, warum die Lok zum Teil als Socken Taurus bezeichnet wird. Ist schon irgendwie witzig, dass Rocco hier ein paar Fußballsocken mit liefert, oder? Es handelt sich bei der Reihe 1116-212-2 um eine typische Railjet-Lok. Sofort erkennbar am roten Schneeräumer und an der einen Seite sind die Pufferbohlen zur Hälfte Silber gefärbt. So deckt sich die Linie mit dem Railjet-Design. Interessant, die Lok hat drei Stromabnehmer. Ich habe sie jetzt nicht geprüft, aber ich vermute für den Einsatz in der Schweiz. Auch spannend, dieser Taurus hat in der Mitte noch silberne Schürzen. Das wäre mir bisher noch an keinem Rocco Taurus aufgefallen und hat auch sonst keiner der 15 Tauren, die ich in meiner Sammlung habe. Anlässlich der anstehenden Fußball-Europameisterschaft 2024 ist das Motto der Lok Fußball vereint Europa. Und dies spiegelt auch das sehr ansprechende, moderne Design von Markus Huber aus Salzburg wieder. Wir finden die Flaggen einiger EU-Staaten auf der Lok, wobei hier Österreich und Deutschland am markantesten rausstechen und auch über eine Front gezogen sind. Auch die Konturen von Spielern kann man erkennen. Die andere Front greift die Symbolik der EU auf. Auch das war es mit den Sternen zu gefallen. In sich ein sehr stimmiges Bild. Ich finde es super und denke, es wird einer limitierten Auflage gerecht. Die Lok ist preislich etwas höher angesetzt als so manch anderer Taurus aus dem Rocco-Programm. Aus wirtschaftlicher Sicht, ein Designer und eine Lokbeklebung am realen ÖBB-Vorbild kostet nun mal Geld, welches so ein Produkt auch wieder reinspielen soll. Da ich schon so einige Zimo Sounddecoder der Reihe 1116 im Einsatz habe, entschied ich mich für das analoge Modell. Diese rüste ich selbst mit passenden Energiespeichern und Lautsprechern aus, analog zu den Rocco SoundReady Modellen. Dekoder rein, zurüsten und ab damit zum Testlauf auf den Rollenprüfstand. Dekoder rein, zurüsten und ab damit zum Testlauf auf den Rollenprüfstand. Dekoder rein, zurüsten und ab damit zum Testlauf auf den Rollenprüfstand. Dekatas-Dekatoren Dekatoren Wir starten im Fernverkehr, da wo typischerweise so eine Railjet-Lok eingesetzt wird, nämlich vor einem Railjet. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir wissen alle, dass die ÖBB wegen Fahrzeugmangel manchmal Railjet-Loks auch anderweitig einsetzt. Somit zeige ich als Variante 2 den Einsatz im Güterverkehr. Hier in Doppeltraktion mit einem schönen, langen, gemischten Güterzug. Das war ein Schmutzverkehr, im Fernverkehr. Untertitelung des ZDF, 2020 Variante 3 greift noch den Regionalverkehr auf, in diesem Fall mit fünfteiliger Doppelstock-Garnitur im Cityjet-Design. Die Lok macht in allen gezeigten Varianten eine sehr gute Figur. Gespannt bin ich, ob sich diese Limited Edition preislich nach oben entwickeln wird oder nach der Europameisterschaft verramscht wird. Wie es auch kommen mag, bitte abonnieren, liken und kommentieren. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal.